Hallo Leute willkommen zurück zu Super Smash Brothers ich habe mir überlegt wir machen heute mal den Allstar Modus und zwar mit dem lieben Bowser und schauen wie weit wir da kommen das geht ja gut los ich habe mir gedacht wir nehmen mal einen grünen Bowser weil ich den ehrlich gesagt noch nie gesehen habe irgendwo und zweitens finde ich er sieht ein bisschen aus wie die Ninja Turtles oder wie einer davon oh mein Gott nein weg also im Allstar Modus geht es im Endeffekt darum das war Glück jetzt im Allstar Modus geht es im Endeffekt darum so wenig Prozente bei den Kämpfen zu bekommen wie nur irgendwie möglich weil ihr die Prozente mit in den nächsten Kampf nehmt es gibt extrem wenig Heilungs Items oh mein Gott ähm das heißt natürlich dann je weniger Prozent ist du besser und ihr müsst immer eine ja das geht ja schon gut los immer eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegen alter bin ich schlecht was ist denn nur los man oh Gott im ersten Fight 109 Prozent alter also wie schlecht kann man sein genau jetzt sind wir nämlich hier oh hier ist ja noch eine Trophäe das ist cool kann man hier sterben hier sieht man quasi die nächsten Gegner die man besiegen muss und die einzigen Heil Items die es gibt sind die hier diese vier mehr gibt es nicht und ihr müsst versuchen das dementsprechend zu schaffen und ich glaube ich nehme jetzt mal nein die wollte ich nicht egal ich wollte mir eigentlich die Fee holen aber was soll's so mal schauen ob wir aus dem Kampf als äh besser herausgehen ihr müsst natürlich auch besiegen das ist das nächste äh ihr müsst natürlich auch besiegen was rede ich man ihr müsst natürlich auch gewinnen es reicht nicht nur mit wenig Prozent aus dem Kampf raus zu gehen sondern ihr müsst natürlich auch gewinnen ihr müsst alle fertig machen au 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 ey man du bist mein Untertan Iggy eigentlich müsste ich dich verprügeln man was ich jetzt auch gleich tun werde weg oh mein Gott bin ich schlecht was ist denn nur los mit mir ich hätte vielleicht doch nicht Bowser nehmen sollen aua es ist jetzt nur noch es sind nur noch die drei Mann das kann doch nicht so schwer sein wiedersehen 130 Prozent oh mein Gott ich weiß nur leider nicht wie viel Runden es sind jetzt will ich aber bitte die Fee haben dankeschön dankeschön next fight please und jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen Garnondorf Garnondorf komm her nein und tschüss hey nur ich darf hier Feuer speien ja Pugeluf lebt immer noch du gehst mir auf die Eier Aua das darf nicht wahr sein echt weg na jetzt geh schon weg oh Gott die Runde haben wir auch überlebt so viel Beute scheint es ja nicht zu geben das kann aber natürlich auch daran liegen dass ich aber nur grottenschlecht bin gerade jetzt nehmen wir uns mal die Tomate da kommen noch einige Fights mehr wir müssen eigentlich zusehen dass wir besser werden weil sonst hat sich das schnell erledigt mit dem Win hier get막 ja 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 Entschuldigung, dass ich gerade so ruhig bin, aber Ich muss mich ein bisschen konzentrieren Aua Nein, 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 jetzt bitte sterb nicht Weg Komm schon, Sonic Ich werde dich doch jetzt hier wohl wegkicken können Das darf nicht wahr sein Wow Okay Oh cool Jetzt sind wir wieder komplett auf Null Aber jetzt haben wir keine Heil-Items mehr Und müssen versuchen, so durchzukommen mit dem Damage Nein, was ist das denn? Oh Gott Mit dem Damage, den wir jetzt kriegen Nein, 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 lass es mich doch in Ruhe Weg Weg Oh well Aua, was? Alter Leute, die hauen mir gerade richtig Weg jetzt, echt Weg Oh mein Gott Mit 140% gehen wir jetzt in den nächsten Fight Das schaffen wir nie Nie im Leben Und jetzt ist es Nacht Warum ist es Nacht? Das könnte vielleicht bedeuten, dass es der letzte Fight ist Aber das weiß ich nicht mit Sicherheit Aber jetzt haben wir sowieso ausgedient, glaube ich Weil das, das, das packen wir nicht Oh, verleichtert er doch Nein, 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 nein Okay, den anderen Bowser haben wir schon mal weggekickt Und, nein, das war knapp Oh, jetzt haben sie uns Nein Haben sie nicht Sehr cool Also, dass wir das überleben, hätte ich nie gedacht Aber das macht die ganze Sache nur noch umso schwieriger Weil anscheinend war es das noch nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Aber seht ihr da hinten Trophäenwand Sind noch sechs Gegner Und rechts fehlen genau noch sechs Dinger Also der nächste Fight ist der letzte Und ich Gehe jetzt aber mal wirklich stark davon aus Dass wir da nicht durchkommen Oh, nicht auf der Map auch noch Wie soll denn das gehen Da sind wir ja schneller draußen als Oh Oh, nein Nein Oh Nein, nein, nein Jetzt dachte ich schon, das war's Ja, das war's jetzt Scheiße Das waren noch drei Gegner Das hätten wir packen können Ach, wir haben gar keinen zweiten Versuch, oder was? Okay Wir haben gar keinen zweiten Versuch Okay Gut, trotzdem haben wir einiges gesammelt Samurai-Rüstung Und ich glaube auch ein paar Zwei, drei Fähigkeiten Nice Ähm, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal bis zum Ende Bis zum nächsten Mal